Der dramatische Moment, als Prinz Harry bei den SB Awards 2024 zusammenbrach, es sollte ein triumphaler Abend für Prinz Harry werden, als er bei den 2024 Awards in Los Angeles die Bühne betrat. Der Herzog von Sussex war eingeladen worden, den prestigeträchtigen Arthur Eschkatsch-Evrutz zu verleihen, der einen Sportler ehrt, der außergewöhnlichen Mut und humanitäre Bemühungen gezeigt hat. Doch bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigung für Updates. Jedoch nahm der Abend schnell eine unerwartete und emotionale Wendung, als der Prinz beim Betreten des Mikrofons von einem Chor aus Burufen und Bash-Impfungen des Publikums empfangen wurde. Eine betroffene Stelle legte sich über die mit Stars besetzte Menge, als sie das Drama live im nationalen Fernsehen miterlebte. Für mehrere lange, unangenehme Sekunden stand Prinz Harry wie erstarrt da, sichtlich von der feindseligen Aufnahme überrascht. Sein Gesicht rötete sich, Tränen stiegen in seinen Augen auf, während er das Podium umklammerte und versuchte, sich zu fassen. Die Buhrufe des Publikums wurden lauter, einige Anwesende riefen sogar Schimpfwörter und vulgäre Beleidigungen in Richtung des Rolls. Schließlich gelang es dem Prinzen, eine Hand zu heben und stillschweigend das Publikum zu bitten, sich zu beruhigen, damit er sprechen konnte. Überraschenderweise behebte seine Stimme, als er seine vorbereiteten Worte begann, eine einzelne Träne rollte über seine Wange. I. Ich habe eine solche Reaktion nicht erwartet, stotterte Harry, seine übliche selbstbewusste Haltung plötzlich zerbrochen. Aber ich hätte es wohl besser wissen sollen. Das Publikum verstummte, spürte die rohe Emotion, die aus dem Prinzen strömte. Er atmete tief durch, bevor er fortfuhr. Heute Abend sind wir hier, um eine Person zu ehren, die enormen Mut bewiesen hat, Mut in Zeiten der Not, Mut, für das Richtige einzutreten, Mut, sie selbst zu sein, sagte Harry, seine Stimme wurde stärker. Ich hatte das Privileg, den diesjährigen Preisträger des Arthur Ashe Awards kennenzulernen, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie den Geist dieses Preises verkörpern. Als Harry dazu überging, die Errungenschaften des Geehrten hervorzuheben, begann die anfängliche Feindseligkeit im Raum zu verblassen. Viele Anwesende rückten unbehaglich auf ihren Sitzen, schienen die unangemessene Natur ihres früheren Ausbruchs zu registrieren. Aber der Schaden war bereits angerichtet. Für den Rest seiner Rede wirkte der Prinz sichtlich erschüttert, seine übliche Haltung und sein Selbstbewusstsein wurden durch eine verletzliche, fast kindliche Haltung ersetzt. Es gab Momente, in denen er innehielt, hart schluckte, um weitere Tränen zurückzuhalten, die drohten, herauszubrechen. Als er schließlich seine Bemerkungen abschloss und vom Podium zurücktrat, war der Applaus des Publikums bestenfalls verhalten, ein deutlicher Kontrast zu den üblichen tausenden Ovationen, die als piepräsendeterin typischerweise begrüßen. Harry verließ schnell die Bühne, sichtlich verstört. In der Folge wurde der schockierende Vorfall zum Gesprächsthema des Abends, beherrschte Schlagzeilen und löste intensive Debatten in sozialen Medien aus. Kommentatoren und Fans waren gleichermaßen verwirrt und empört über die Behandlung des Prinzen durch das Publikum, viele verurteilten ihr Verhalten als respektlos und ungerechtfertigt. Ich bin absolut schockiert darüber, wie Prinz Harry heute Abend behandelt wurde, twitterte Schauspielerin Ries Widerspoon. Er hat das mit so viel Anmut und würde inmitten solcher Grausamkeit gemeistert. Das Publikum sollte sich seiner schämen. Andere waren kritischer gegenüber dem Prinzen und argumentierten, dass seine Entscheidung, sich von königlichen Pflichten zurückzuziehen und sich gegen die britische Monarchie auszusprechen, ihn vom amerikanischen Publikum entfremdet habe. Harry hat sein Bett gemacht, jetzt muss er darin liegen, lautete ein besonders scharfer Tweet. Er kann nach allem, was er getan hat, keine warme Aufnahme erwarten. Die Reaktion heute Abend war unvermeidlich. Jedoch konzentrierte sich der Großteil der Online-Diskussion auf die Sorge um Harrys Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Viele wiesen auf den Vorfall als schmerzliche Erinnerung an den immensen öffentlichen Druck hin, dem der Prinz im Laufe der Jahre ausgesetzt war, zuerst als Mitglied der königlichen Familie und nun als prominente Persönlichkeit in eigener Sache. Das muss für Harry so verheerend gewesen sein, schrieb Antwitter Nutzer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie verletzt und gedemütigt er sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Niemand verdient es, so behandelt zu werden, unabhängig davon, wer er ist. In den Tagen nach den SB Awards blieb der Prinz weitgehend aus der Öffentlichkeit fern. Ein Sprecher von Harry und seiner Frau, Meghan, Herzogin von Sussex, gab eine kurze Erklärung ab, in der der Vorfall anerkannt, aber weiterer Kommentar abgelehnt wurde, unter Hinweis auf das Bedürfnis des Paares nach Privatsphäre. Jedoch behaupteten königliche Experten und Insider, dass die Episode Harry zutiefst erschüttert und verunsichert zurückgelassen hatte. Quellen nahe dem Prinzen enthüllten, dass er sich auf den Auftritt als Gelegenheit gefreut hatte, das wichtige Werk des Geehrten ins Rampenlicht zu rücken, und zutiefst erschüttert war, dass der Moment von der feindseligen Reaktion des Publikums überschattet worden war. Harry war schon immer empfindlich gegenüber öffentlicher Kritik, und dies war ein besonders brutaler und unerwarteter Angriff, sagte ein Insider-Reporter. Er kämpft wirklich mit allem, den Buhrufen, den Beleidigungen, der Erkenntnis, dass so viele Menschen in Amerika sich gegen ihn gewendet zu haben scheinen. Es ist ein enormer Schlag für sein Selbstbewusstsein und seinen Lebenssinn. Während der Schock des SP-Vorfalls nachlässt, bleibt die größere Frage, wird dies ein Wendepunkt sein, der die Trajektorie von Prinz Harrys postköniglichem Leben und seiner öffentlichen Persönlichkeit verändert? Nur die Zeit wird zeigen, ob der Prinz sich von diesem tiefschmerzhaften Erlebnis erholen kann und seine Mission fortsetzen kann, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Eines ist sicher, die dramatischen Ereignisse jener schicksalhaften Nachts in Los Angeles werden in den Erinnerungen all jener, die sie miterlebt haben, verankert sein, eine ergreifende Erinnerung an den immensen persönlichen Tribut, der mit dem Leben im Rampenlicht einhergeht.